Du willst wissen, worum es in Friedrich Schillers berühmtem Werk Wilhelm Tell geht und wie du das Werk interpretieren kannst? Dann bist du hier genau richtig. Los geht's! Du willst die besten Lernvideos für Schüler und Studenten? Dann komm auf studyflix.de oder hol dir unsere kostenlose App. Wilhelm Tell ist ein Drama von Friedrich Schiller aus dem Jahr 1804, das du in die Epoche der Weimarer Klassik einordnen kannst. Es geht darin um die Sage des erfundenen Schweizer Nationalhelden Wilhelm Tell. Er kämpft für die Freiheit der Bürger und tötet deshalb den herrschenden Landvogt Gessler. Super, jetzt weißt du schon grob, worum es in dem Drama geht. Machen wir direkt mit einer Figurenkonstellation der wichtigsten Figuren weiter, damit du die Zusammenfassung besser verstehst. Im Zentrum des Werks steht natürlich Wilhelm Tell. Er ist mutig und tut alles für die Freiheit und Gerechtigkeit. Außerdem gibt es die Eidgenossen, also Verbündeten, Walter Fürst, Werner Stauffacher und Arnold von Milchtal. Sie sind Vertreter aus den Kantonen Uri, Schwyz und Unterwalden und wollen für die Freiheit kämpfen. Zum Adel gehören Bertha von Bruneck, Ulrich von Rudenz und Hermann Gessler. Bertha von Bruneck gehört zur österreichischen adeligen Familie der Habsburger. Sie ist dabei gegen die Werte des Adels und unterstützt lieber den Freiheitskampf. Bertha ist außerdem verliebt in Rudenz. Er ist der Neffe des Freiherrn von Attinghausen und will Bertha beeindrucken, indem er sich anfangs auf die Seite der Habsburger stellt. Gessler ist ein Vertreter des Adels und Feind von Tell. Er unterdrückt nämlich das einfache Volk. Du möchtest kostenlose Bildung unterstützen? Dann abonniere unseren Kanal. Das Drama spielt in der Schweiz in den Kantonen Uri, Schwyz und Unterwalden und ist in fünf Akte gegliedert. Kantone sind so etwas wie die Bundesländer in der Schweiz. Die Handlung findet innerhalb weniger Wochen statt. Wir stellen sie dir jetzt vor. Das Drama beginnt am Vierwaldstätter See, wo sich der Jäger Werni, der Hirte Kuoni und der Fischer Ruodi treffen. Plötzlich taucht Konrad Baumgarten aus Unterwalden auf, der vor den Habsburgern flieht. Der Landvogt Landenberger wollte Baumgartens Frau misshandeln, weshalb er ihn umgebracht hat. Der Fischer soll ihn mit seinem Boot in Sicherheit bringen. Er lehnt ab, weil ein Gewitter aufzieht. In dem Moment erscheint Wilhelm Tell und übernimmt die mutige Aufgabe. Danach wechselt der Schauplatz nach Altdorf in Uri, wo die Bürger ebenfalls unterdrückt werden. Über sie bestimmt vor allem der Landvogt Gessler. Er will seine Macht demonstrieren, indem er seinen Hut auf eine Stange setzen lässt, vor dem die Bürger sich verbeugen müssen. Werner Stauffacher möchte sich wehren und tut sich mit Walter Fürst und Arnold von Milchtal zusammen. Die drei Männer wollen einen großen Aufstand anzetteln und dadurch ihre Kantone vereinen. Im zweiten Akt lernst du, dass auch der Adel zerstritten ist und sie unterschiedliche Meinungen über die Herrschaft haben. Der Freiherr von Attinghausen kann die Unzufriedenheit der Bevölkerung nachvollziehen. Sein Neffe Rudenz tritt ebenfalls auf. Er möchte sich mit seiner Geliebten, Bertha von Bruneck, auf der Herrenburg treffen. In der Zwischenzeit treffen sich viele Bürger aus unterschiedlichen Regionen für einen Protest auf dem Rüdli, einer Bergwiese in der Nähe des Vierwaldstättersees. Sie wollen gegen die Unterdrückung durch die Habsburger kämpfen. An dem Treffen nehmen auch Walter Fürst, Arnold von Milchtal und Werner Stauffacher teil. Dort legen sie den sogenannten Rüdli-Schwur ab. Das heißt, sie gründen die erste Eidgenossenschaft, die später zur heutigen Schweiz wird. Im dritten Akt trifft sich Bertha mit Rudenz und überzeugt ihn, der Eidgenossenschaft beizutreten. Die beiden gestehen sich dann ihre Liebe zueinander. Außerdem gehen Tell und sein Sohn nach Altdorf. Dort verweigert Tell es, den Hut auf der Eisenstange zu ehren. Deshalb kommt es zu einer Auseinandersetzung zwischen ihm und den Wachen. Allerdings erscheint dann der Landvogt persönlich. Er will, dass Tell einen Apfel vom Kopf seines Sohnes schießt. Tell schafft es, wird aber trotzdem verhaftet. Der Vogt behauptet, dass Tell zwei Pfeile hatte und mit dem zweiten ein Attentat auf ihn geplant hätte. Deswegen soll Tell nun am Nordufer des Vierwaldstättersees eingesperrt werden. Super, jetzt hast du schon eine erste Übersicht zu Wilhelm Tell. Willst du wissen, wie das Drama endet und wie du es interpretieren kannst? Dann bleib dran! Dir hat das Video gefallen? Für mehr kostenlose Videos komm auf studyflix.de und hol dir unsere App. Bomb Home 1. relax focus 1. Quiz 1. 1. 2.